Schöne euch heute wieder beim heutigen Replay of the Week begrüßen zu dürfen mit dem FCM 50T, den wir hier sehen, gespielt von X-Tanky703Killer, also der Name, der ist schon mal spannend gewählt und der FCM mit seinem verbesserten Matchmaking hier 9er, 8er, 7er Gefecht. Richtig, mein französischer Freund, genau so ist es, ich glaube, das heißt so viel wie, jetzt geht's los, macht euch bereit, wir fahren an die Front und versuchen die Gegner zu zerstören. Ziemlich eine 1 zu 1 Übersetzung. Also, die Werte, die Credits, also ich sag mal eins vielleicht vorweg, ich will euch nicht zu sehr spoilern, aber am Ende der Runde bekommt er raus, auf sein Konto gutgeschrieben, 156.000 Credits und es waren 2.192 Basis-XP. Also, sehr schöne Werte, die hier Lust machen, das Ganze zu sehen. Da ist der T-54 gleich und der bekommt schon mal einen ordentlich zurück, sodass sein Turmdrehkranz gleich mal in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Hier oben, die Stelle ist sehr beliebt mittlerweile, da ist immer einiges los, aber er hat es jetzt gerade wohl für sich. Da wird er nicht undankbar sein. So, da ist der ein anderer FCM 50T, aber der bekommt er gleich mal einen Hit auf ihn drauf. Er ist offen, aber zieht sich ja so weit zurück, dass der FCM sich jetzt nicht großartig für ihn interessiert. So, was ist da oben noch? Naja, der T-19 kommt da leider nicht drauf und sonst hat er hier jetzt in der Straße und Basis nichts, auf das er schießen kann. So, der Waffenträger bekommt er jetzt immer, am besten oben drauf, genau aufs Blechchen. Sehr schön exakt da drauf, hat er auch gut mit HE direkt gemacht. Jetzt ist er offen, einen macht er noch, dann zieht er sich wohl zurück. Der wird wohl auch durchgegangen sein, schätze ich jetzt einfach mal. So, und was haben wir da? Den T-28 HTC. Auch der T-54, also das ist ja schon fast Tontaubenschießen hier. Das läuft wirklich sehr gut. Müsste jetzt so um die 2K Schaden haben, wenn wir davon ausgehen, dass der Waffenträger auch noch angekommen ist mit HE. Und da steht er jetzt. Und jetzt ist er weg. Da macht er ihn. 2 zu 6 steht es allerdings, das ist jetzt nicht so schön. Die einzige Art, die diese hatten, ist raus, aber er sorgt jetzt hier dafür, dass er wieder ein bisschen anschließen können. Na, was haben wir denn da? Feine ISO. Oh, gut getroffen, allerdings nicht verhängnisvoll. Jetzt kommt er auf den T-29, der achtet nicht auf ihn, dementsprechend kann er hier wirken. Naja, Kommandantenkuppel wird nix, leider. Na, jetzt auf den... Ja, jetzt klappt es mit dem Nachbarn. 428 HTC. Von hinten natürlich sehr einfach zu durchschlagen. Und besonders mit dem Type 4, der von vorne kam, nimmt er den da raus. Ja, hier ist 3 auch schnell weggefrühstückt. Und der T-10, der fährt da... Ja, schade. Da hat er nix vom Kuchen abbekommen. Jetzt steht es nur noch 6 zu 8. Das schaut schon ein bisschen besser aus. Ja, ich sag's und dann steht 6 zu 9. Hätte ich doch mal nix gesagt. So, da ist die ISO wieder. Oh, wow, diesmal einen fetten Hit vom T-95. Und da muss er jetzt echt aufpassen. Weil so schön die Stelle ist, so schnell wird man vom Gegner eben auch ausgeguckt. Ne, der T-29, das wird nix. Na, jetzt mit der ISO. Jetzt er klappt's. T-95 liegt er immer noch auf der Lauer. Jetzt will er die ISO einfach mal weg haben. So, hat auch nochmal geklappt. Der muss echt... Es ist leider so... Einer der beiden, wenn er gut trifft, dann... Oder, was heißt gut trifft? Einer der beiden, wenn ihn trifft, ist er halt weg. Der LTDB, der macht den jetzt auch zusätzlich dann immer noch auf. Weil er in den 50 Metern gleich drin steht. So, aber den T-29, da kommt er... Ah, nein. Ganz knapp nicht. So, der LTDB ist jetzt mal weg. Eine Sorge, schon mal weniger. Ja, was er hier auch hat, ist das Glück, dass er der Type 4 hier neben ihm steht. Weil sonst hätten wir schon lange gerusht, aber der Type 4, der ist halt einfach auch ein ordentliches Monster. Da der T-28 noch so 8 zu 9 steht's. Jetzt ist mittlerweile auch mal der T-29 da hinten raus. Na, kommt der P? FV, 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 FV. Ne, traut sich nicht. Oder? Nein. Oder? Nein. Vielleicht sollte er nochmal gucken, ob er vielleicht die ISO nochmal aufbekommt. Vielleicht guckt auch der T-95 mal nicht mehr so angestrengt auf ihn. So, er braucht jetzt jemand, der da wirklich von hinten mal da irgendwas wegmacht. Da ist der T-95 offen. Da ist die A-T. Und da ist der... Die ISO zerstört. 10 zu 9. 10 zu 10. Immer wenn ich so angehe, kommt gleich irgendwie der Gegenschlag für sein Team. Ich glaube, ich bringe da kein Glück. So, was macht er jetzt? In der Ego-Perspektive fahren. Oder? Hat er sich jetzt festgefahren, nicht, oder? Ja, auf jeden Fall. Funks, Krauts, Qualms. Waaah, haha. Wuh. Ja, alter Schwede. Der war knapp, du. Oh, ne Torte. Okay, weg ist die Torte. So, jetzt auf den T-28. Der kann jetzt nämlich nix machen. Der erste von hinten. Und der zweite. Weg ist auch der. So, jetzt ist noch eine A-T am Leben. Der F-V ist am Leben. Und der T-95 ist noch am Leben. Einen Hit kann er noch ab von dem. Oh, jetzt leider. Ah, jetzt hat der Type 4 sehr schön getroffen. Er konnte jetzt treffen. So, jetzt hat er geschossen. Jetzt muss er ihn weg machen. Weil sonst, ja, hätte er ein Problem. Auch der ist weg. So, nur noch die A-T und der T-95. A-T for me, please. Da will jemand die Redley Walters haben. Hat man einfach mal blind in den Busch gehalten. Ab und an stehen sie da ja direkt. Aber scheinbar keine A-T. Nee, A-T ist hier mal nicht. Ja, dann steht sie ganz auf der anderen Seite. Aber das Schöne am FCM, er ist ja sehr mobil. Da ist die A-T. Und der T-95 ist auch noch voll. Ah, vielleicht will er die auch rammen. Hat er den Auftrag? Das habe ich jetzt gerade nachgeguckt. Wäre möglich. Weil warum er unbedingt die A-T will und nicht den T-95, weiß ich jetzt sonst nicht. Aber es sieht so aus, als ob sie da eh nicht große Anstalten machen, die A-T wegzumachen. So, da ist die A-T. Oh. Ja, wenn er die wollte mit rammen, dann war das Munitionslager jetzt nicht hilfreich. Aber jetzt dürfte er an den T-95 nämlich hinterhalb rankommen. Und wenn er das geschafft hat, dann kann er ihn ganz schön saftig hier wegmachen. So. Und tatsächlich, er kommt jetzt schön von hinten ran. Ist sogar gekettet. Und er kann ihn jetzt hier einfach hinten reinballern. Nachbelieben. Und am Ende, kann ich jetzt schon mal sagen, hat er 6.837 Damage gemacht. Mit einem 8er Premium. Sehr, sehr gut. So, jetzt kennt er den nochmal. Und der neunte Kill. Ja, sehr fein. Sehr, sehr fein. GG FCM, ja, 9 Kills. Was soll man sagen? Das ist mehr als verdientes Ergebnis. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat meine Auswahl auch gefallen. Wünsche euch weiterhin gute Zeit bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal. Euer Alkaramba. Euer Alkaramba.